Hier ist das Restaurant. Dann geht es gleich in den Pool über. Hier unten sind dann die 100er Zimmer, 200er Zimmer, 300er Zimmer, 400er Zimmer. Und dann geht es bis 19 und 20, ist ganz hinter dem Flug, ganz drüben. Wenn man eine 19er Nummer kriegt, da läuft man ewig weit. Hier hat man überall die Schilder und da kann man dann schön sein Zimmer finden. All right.